Okay vielleicht vielleicht habe ich übertrieben es tut mir leid, bitte lass mich, NINE AHHHHHH Na ihr steckdosenbefruchtet? Was geht? Wir spielen wieder Teratatatat normalmente Walking quietly oh ja wir spielen wieder das schöne MMORPG So, letztes Mal haben wir den Händler, der uns ja gesagt hat, dass wir eine Pegasus in der Lofts, den wir nicht gesehen haben, sehen hätten sollen. Und den haben wir dann hier hergebracht und jetzt müssen wir wieder jemanden exekutieren. Ich wollte aber noch gucken, was wir so brauchen. Haben wir hier, also wir haben hier eine Menge Blau und Fragezeichen. Okay. Ähm, wie sieht's mit den Skills aus? Wie ihr bemerkt habt, haben wir Hintergrundmusik. Ich dachte mir, ist Abwechslung, ist besser, weil wer hört nicht hier an Hintergrundmusik, wenn man zockt? Meierlich. Wer von euch hört keine Musik, wenn ihr irgendwas zockt? Das ist meierlich. Jeder tut das. Deswegen, ja, ich denke, das macht bestimmt nichts. Oder euch nichts aus. Braucht ihr Hilfe? Nö. Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Nö. Nein, 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 nein. Brauch ich nicht, aber du. Okay. Wir wirst den wieder exekutieren, aber ich glaube, der kann sich wenigstens wehren. Die FPS spinnen ein bisschen. Also, sie sind auf 30 und gehen dann immer wieder hin und her. Sehr, sehr merkwürdig. Also, ich hab einen kurzen Lag manchmal, aber das ist nicht schlimm. Das ist sehr schlimm. Nein. Fuck. Ich dachte, ich kann's blocken. Ja, da kommt ja noch ein Fettmoppel. Okay. Nicht vergessen, wir können uns ja bewegen während des Skills. Es ist schon ein Weichen her. Und wir haben einen neuen Skill. Den ich ausprobieren wollte. Wegen Leben und so. Ich glaube, wir sind vergiftet. Und da... Highlook. Ja. Gott sei Dank. Gut. Äh. Was will ich denn sagen? Was kann ich denn sagen? Wie es mittlerweile aussieht und steht und regt. Äh. Ihr wisst alle mittlerweile, dieser YouTube-Channel läuft nur mit euch. Und... Äh. Das war schon immer so, dass ich euch hier mit reingezogen hab, will ich mal sagen. Also, der besteht nur wegen euch, nicht wegen mir. Ich mach zwar die Aufnahmen und alles, aber ohne euch würde der Kanal wahrscheinlich ziemlich... Ja. In die Hose gehen. Also, ich bin sehr glücklich über jeden von euch. Ihr seid super, Leute. Vielen Dank für die netten Kommentare und alles. Und, äh. Ja, genau. Äh. Wartest du? Nein, der wartet jetzt nicht kurz. Äh. Jemand hat mich darauf hingewiesen, dass ich so viel blinkendes Zeug im Bildschirm habe. Im Gänsefüßchen. Und, äh. Ob ich das ausmachen könnte. Es nervt. Äh. Mach ich sofort. Äh. Was blinkt denn alles? Ich glaub nur der Brief da unten. Ich werde ihn gleich ausmachen, wenn ich den hier fertig exekutiert habe. Exekut. Ha. Tiohanna. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Geil. Ja, ja. Das ist eigentlich eine Drehung. Und wir können uns jetzt wirklich mit dem Skill heilen. Das finde ich super geil. Also, das hat was. Dieser Vampir-Schlag. Der hat auf jeden Fall was. Oh, schön weggebasht. Und jetzt testen wir mal aus. Zack. Und wir sind wieder voll. Der ist echt cool. Also, der gefällt mir gut. Zack. Und tschüss. Und tschüss. Und der Drehschlag gefällt mir sowieso. Du sollst nicht rumfuchteln. Du sollst gehen. Ach, wirklich, Junge. Kannst nicht einfach einmal geradeaus gehen. Das scheinen wir nicht. Äh, hier. Auf den Popo. Dadass. Wuuu. Ich liebe es. Und es sind momentan echt wenig Spiele online. Wir haben es eigentlich jetzt so. Warte. Stimmt die Uhr da unten? Ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht. Äh, wir haben es 20 Uhr, glaube ich, oder so. Eigentlich eine gute Zeit zum Zocken, will ich mal behaupten. Jetzt will er die Pflanze auch noch verpugeln, weil sie im Weg steht. Du bist beendet, Junge. Geh jetzt weiter. Jetzt lauft er wieder zurück. Komm. Schuh. Geh. Schuh. Schuh, Schuh. In mein... Popo. Äh, so. Eine Schnecke? Ist es in Ordnung? Ja? 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 So. Schön beide auf einmal erwischen. Ach, wie die Best. Dann auf dich umzuwerfen, während ich das hier tue. Iuuuuh. Ich stehe da drauf, Alter. Der Schlag ist echt nice. Und wir halten mittlerweile mehr aus, kommt mir so vor. Also, wir sterben nicht mehr so arg schnell. Und die Lacks haben sich eigentlich eingekriegt, also ich bemerke sie kaum. Äh, ich habe auch eine Kleinigkeit mit meinem Computer getan. Ich habe, äh, mein PC ein bisschen übertaktet, damit er bei den Spielen ein bisschen schneller läuft in den Aufnahmen. Und es hat Wirkung gezeigt. Auf jeden Fall, er läuft auf jeden Fall wesentlich flüssiger als vorher. Es öffnet sich alles schneller, alles bewegt sich auch und in Ordnung. Mein Typ ist fixiert auf das Pferd. Ich werde jetzt mal so freundlich sein und helfen. Ich werde jetzt mal so freundlich sein. Schneller, hopp, hopp. Gut, das Monster hat er nicht gesehen, hat er ignoriert, Gott sei Dank. Und jetzt haben wir die Mission geschafft. Hoffe ich, denke ich. Bitte? Dann können wir andere Missionen machen, weil die sind irgendwie sehr langwierig. Gott sei Dank. Wo muss ich die abgeben? Bei dir? Nein. Bei ihm? Nein. Okay. Dann irgendwo in der Stadt. Woanders kann es ja nicht sein. Ha! Ge-f-f-f-f-f-f-tindet. Zu Glück gibt es Minimaps. Gott, danke der Minimap. So, dann haben wir die Quest auch fertig. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die blauen Quest. Und wir sind schon Level 16, Junge, Junge. Wenn wir Level 20 erreicht haben, können wir endlich Dungeons rapen, racen, whatever. Und wird super cool. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, muss ich jetzt auch sagen. Ich würde nämlich gerne mal mit den Berserkern in Dungeons gehen. Auch mit Gruppen oder überhaupt. Ist bestimmt voll witzig. Erstmal poolen wir uns wieder ein paar Fat Clops an. Komm her Fat Clops. Ich bin zwar auch fett, aber das sind bei mir Muskeln. Kein Schwabbel. Schön danebenhauen. Genau. Das war uncool. Okay. Ich gebe euch hart. Und nochmal. Ich liebe den Dreher. Der Dreher ist einfach super. Da kann man gar nichts gegen sagen. Der Dreher ist super. So. Wir können uns hier heilen. Oh, der hat ein Trockmend getroppt. Mein Fragment. Zwei Fragmente auf einmal. Was für ein Glück. Haben wir vier Stück. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Weiß es nicht. Also das trifft mich. Äh. Eigentlich nicht. Ich sterbe. Ha. Idiot. So. Wie viele haben wir jetzt? B war es glaube ich hier. Nein, war I. B war ein anderes Spiel. Wir haben drei. Jo. Ist doch mal eine nette Menge schon mal. Da waren recht viele Fat Clops. Habe ich gesehen. Und jetzt sind sie weg. Ich brauche hier nur noch zwei eigentlich. Toll. Die stehen ja super entfernt. Ey. Da ist einer. Stopp. Stopp. Ich haue dich. So stehen bleiben. Cool. Okay. Cool. Cool. Geht cool Jungs. Geht cool. Ich denke die Musik ist vielleicht ein bisschen leiser. Hm. Mache ich nächstes mal lauter. Oder kann ich hier einen Cut setzen dann kurz? Ich könnte kurz einen Cut setzen um es lauter zu machen. Weil anders würde es nicht gehen. Oder geht die Musik? Ne die ist definitiv zu leise. Ich werde hier kurz einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann verkloppen wir die nächsten neuen Viecher. Yay. So meine süße Steckdosebefruchter. Da sind wir wieder. Und es geht freudig weiter mit dem Monsterkloppen. Wo müssen wir jetzt nicht so sind? Da hinten ist ein blauer Fleck. Und ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen. Was fragt sich denn da wer? Gucken wir mal. Hallo Oidi. Oidi? Du bist nicht da. Oder unsichtbar. Hurra. Man muss das schon aktivieren? Nein. Ich glaube nicht. Egal. Wir machen die andere Quest. Müssen übrigens 1, 2, 3 Quest schon abgeben. Heilowitschka. Das geht ja schnell. So hier sind die nächsten Viecher, die wir töten müssen. Und hier gibt es eigentlich extrem viele von denen. Deswegen pule ich einfach mal fröhlich drauf los. Und hoffe, dass ich nicht sterbe. Ach was. Wir werden schon nicht sterben. Umso mehr, umso besser. So ist mein Motto. So wird es auch immer sein. Umso mehr, umso besser. Schaut euch das an. Das ist doch nicht wundervoll. So. Geben wir ihn auf die... Okay. Okay. Ich bin hingefallen. Ich stecke fest. Leute. Ich stecke in euch fest. Könntet ihr? Danke. Dankeschön. Nein. Wartet. Lass mich kurz... Stopp. Ich habe mir auch mal was gedacht. Was irgendwie eine gute Idee für den Bersi wäre. So. Heiligen wir uns mal. Oh Gott. Das ist halt ja fast gar nichts. Okay. Vielleicht... Vielleicht habe ich übertrieben. Es tut mir leid. Bitte. Lass mich... Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020